Okay, warte mal, warte mal. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runtergehe? Nicht? Willst du nicht runter? Okay, alles klar, hab ich verstanden. Kann ich dich doch irgendwie switchen hier? Muss doch hier irgendwie switchen können, oder? Was ist mit dem Haarjub da? Wie krieg ich denn den? Äh, ne? Krieg ich denn hier nicht irgendwie? Wurde mir das irgendwie nicht angezeigt? Hab ich irgendwie wieder schon irgendwas verpasst? Irgendwas wieder falsch gemacht? Okay, warte mal. Machen wir einfach mal so. Du brauchst Hilfe, hier findest du ein Hinweis-Menü. Was? Ja, Hinweis-Menü. Wo ist das Hinweis-Menü? Aha. Du kannst das Hinweis-System und die Hervorhebung interaktiver Objekte ausschalten, indem du im Optionen-Menü den Veteranen-Modus willst. Klasse! Vielen lieben Dank für diesen Hinweis. Nächster Hinweis in eine Minute. Alles klar, gut. Achso. Gut, warte mal. Jetzt kann ich stimmen. Ah, komm. Mach mal Pip. Okay. Äh. Warte mal. Okay, du erst mal hoch. So, und jetzt hast du hier zwei. Los, fahr mich nach oben. Machen wir Hund. Machen wir Hund. Machen wir Hund. Machen wir Hund. Lassi. Lassi. Ähm. Achso, der... Der kann ja da auch irgendwie... Okay, komm, komm, mach mal hier. Nein, ich will keinen Hinweis jetzt. Ich schaff das auch alleine. Komm da hoch. Jetzt mal hier runter. Jetzt gucken wir mal. Hier sind sie alle vergast. Ah, du kannst auch nicht wieder anmachen. Schade. Okay. Achso, warte mal. Kann ich das hier nicht irgendwie... Das weiß ich. Das weiß ich auch. Hab ich doch schon gemacht. Ach, der soll mich nach unten fahren. Ja, das ist natürlich... Ja, daran hat mich natürlich... Ist... Also, also wirklich, Leute. Hättet ihr mir auch mal sagen können. Okay, gut. Jetzt bin ich doch ohne. Alles klar. Hat doch geklappt. Ach du, lieber Gott. Okay, das ist so eine... Gift... Giftgas... Hoch... Ach du... Okay, was macht denn hier der Schalter? Gut. Gut. Tun wir mal. Okay, warte. Achso, okay. Jetzt hab ich's. Okay, das muss jetzt so... Ah, nee, Quatsch. Das ist noch nicht... Das ist noch nicht. Ach, warte mal. Ja, ja. Ich krieg hier ja irgendwo... Kann ich das jetzt hierher ziehen, das Ding? Nee, kann ich nicht. Okay, ich brauch auf jeden Fall so eine Kiste. So, das geht jetzt da hoch. Aha, da haben wir doch einen. Okay. Ja, ja, gut. Ich hab's schon kapiert. Ach, hey, ist das schwer. Ah, komm, Schieb. So. Okay, Hund. Äh, einmal nach oben, bitte. Was soll's denn da drauf? Dankeschön. So, das stellen wir jetzt hier ab. Nein. Nein, wo willst du denn hin? Da sollst du es hinstellen. Gut, so. Äh, das muss auf jeden Fall nochmal gedreht werden hier. Ich weiß noch nicht was. Drück mal da, drück mal da auf die Eins, was passiert denn dann. Okay. Das glaub ich nicht, dass das so sein soll. Wenn dann eher so. Jetzt rück nochmal auf die Eins. Ach ne, Quatsch, ich warte mal, da geht's doch gar nicht los. Da geht's doch gar nicht los. Ja, gut, ich glaub, das soll so sein. Fahren wir das mal hoch. Okay, okay, warte mal. Ob ich das jetzt hier hochfahren würde. Ach ne, das ist, ach so, das ist schon fest, okay. Ähm. Wird das nur nochmal drehen, ne? Und zwar so. Jetzt fliegt sie in die Luft. Yeah. Yeah. Ach. Das war so, jawollt. Alles klar, ich komm. Wo ist mein Wauwau? Ach, da ist er ja. Oh, nach rechts. Alles klar. Rechts rum. Oh je, Zeppelin. Bomben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Kaputt. Mach. Hier. Komm, Hund. Wir haben kein... Was hast du dann? Ah. Gut, das lesen wir uns dann auch später durch. Aha, okay. Geh her. Hoppi. Hoppi. Okay, warte mal kurz. Ja, ja. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ist noch nicht so leicht. Und... Und... Ab da rein. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Äh... Äh... Hier, gib mir die vier. Äh... Ja. Wanderhund. Ja, das geht auch mit einem Knochen. No problem, my friend. Gut gemacht. Thank you, my friend. Wir haben eine Uhr gefunden. Oh je. Ah, ja, natürlich. Nein, Hund, komm schnell. Ja, 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 keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Ich grabe, ich grabe, ich grabe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott, überall die Rumin. Wie oft hab ich jetzt eigentlich, oh mein Gott, gesagt. Was ist das denn? Was will die denn da? Hast doch gut, wo du hinfährst. Oh mein Gott. Sie hieß Anna, eine belgische Studentin aus Paris. Ach so. Sie war auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Diesmal schien ihnen das Ficksal wohlgesonnen zu sein, denn ihr Weg führte in dieselbe Richtung. Doch als sie sich Vimy näherten, wurden sie von einer deutschen Fliegerstaffel entdeckt. Oh, ja, natürlich. Na, 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 na. Oh mein Gott. Es ist so irgendwie, wie so als wären da noch so ein paar Minispiele dabei. Oh nein. Boah, war das knapp. Ihr blöden Flieger. Oh je. Ah je, ah je. So, alles gut, so fahr ich immer. Was? Ah, jetzt kommen ja auch noch Landminen oder was? Habt ihr sie noch alle? Hierbleiben. Ja, 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 so. Ja, natürlich, so ein riesen Zeppelin schießt halt mal so 50 Milliarden Bomben. Ja, ach je. Ja. Da kann man sich schon mal einen Arsch ablassen. Komm, die fängt ja mit den Zehen. Ah ne, doch nicht. Freddy! Freddy! Alles klar, ich will beeilen mich. Okay, da hinten ist ein NG-Nest. Ich sitze hier hoch. Au. Okay. Gut, muss ich vielleicht den Hund vorschicken. Der Hund ist nämlich ein bisschen, äh, uninteressant, ich schätze ich mal. Alles klar. Wow, wow. Ah, jetzt läuft der gerade. Psst. Okay, schnell, 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 schnell. Nein. Renn, renn, renn. Huch. Ich hab aber nix zum Schmeisehund. Was willst du dann? Sitz. Aha, okay. Hol mir ne Granate. Das fällt nicht auf. Lieber Hund. Okay. War jetzt noch schön warten. Ja, hast nix gesehen. So. Ach, es war nur ein Hund, der die Granate geschmissen hat. Echt nix. Okay, okay, komm. Oh, hier steht hier überall Deutsche. Okay, jetzt sind wir hier. Was? Oh, Lecker schwecken. Oh mein Gott. Ach, die Renne auf einmal. Ach, so. Okay, gut. Ja, renn, 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 renn. Ach so, hier kann ich mich hinter verstecken. Was hast du denn da? Hast du da was gefunden? Okay, die sind jetzt wieder hier. Ja, Hund, ich kann jetzt nix machen. Die Armee kommt grad. Das ist komische Bataillon. Jetzt warte doch immer ab. Hey, komm, kannst du ja mal graben. Hey, 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 hey. Los, 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 los. Oi, 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 oi. Der will. Okay, wie krieg ich denn das jetzt? Ich kann nur den Hund jetzt hier wieder, äh... Ich kann nur noch mal da rüber. Wie soll ich denn da hinkommen? Ach du, ah, okay. Das kann natürlich auch sein, dass ich jetzt wieder ganz nach hinten muss, weil der Hund ja da mitläuft. Okay, gut, dann warten wir jetzt noch mal bis hierher. Ruhig bleib, ruhig. Da kommen sie. Okay, noch mal umdrehen, Mädels. Ja, Männer. Komm, Manni! Komm, gehör! Uh-huh. Hey,ski, ngu, geh! Hi-w behavior! Hoi, hoi, hoi-hoi! Hoi, 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 hoi! Hoi, 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 hoi! Hoi, 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 hoi! Okay, Now, is it? Jetzt? Das muss auch super sein, den ganzen Tag von links nach rechts zu laufen und dabei die ganze Zeit. Hoi 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 hoi. Guter Mann. Äh Hund. So jetzt warten wir nochmal bis die wieder kamen, äh komm. Huch! Ist klar, dass mir das jetzt passiert hier mit meinem Mikrofonstände. Jetzt muss ich das wieder richtig ausrichten. So. Okay, jetzt aber. Ja, perfekt. Perfekt, gut gemacht. Wow, wow. Okay, ich geh mal hier runter. Und geh hier wieder hoch und du äh krabbelst einfach da durch das Loch. Nein, nicht, nein, 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 nein. Hoch, 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 hoch. Okay, hier haben wir jetzt wieder so übelst den Stealth-Part. Ja, mal gucken. Oh, da kommt der ja schon wieder. Der sitzt da oben, glaub ich, in dem Haus da hinten, wo der Zeppelin ist. Und nicht. Was hat der dann als? Ach, jetzt kommt. Psst. Alle. Hund stutzen und mit der Kelle eins über den Kopf. Was ist denn mit dir? Komm mal mit. Ja, die fünf Meter geschliffen. Äh, den halben Meter immerhin. So, was war denn hier? Neurastenifiole. Neurastenifiole. Eine Mischung aus Magnesium und Potage. Potage. Und die erschöpften Soldaten einen Schub geben sollten. Ah, Drogen wurden damals schon verteilt. Finde ich klasse. Also, Kinder, ich bin ja gänzlich gegen Drogen. Aber... Damals war das schon... Was hast du da, Hund? Bleib jetzt hier. Hier. Kann ich ja gar nichts machen. Was kläffst du denn als da? Haja. Halt. Kann ich nichts machen. Wo ist der Hund? Ruhe. Hör auf, rumzukauzen. Okay, hier haben wir TNT. Hier haben wir nochmal... Ach ne, warte mal. Okay. Ja, ist ja in Ordnung. Da hin. Oder auch nicht. Okay, warte, warte, warte. Ja, ist ja gut, sehr gut, sehr gut. Warte mal. So schön hier. Ah! Nimm das! Kannst du das nicht hier einfach hier unten hinlegen, so? So. Ne. Kloppen. Nimm das! Oh! Okay, warte, hier, da nimm das! Oh! Wir haben rumgegauselt. Wir werden noch auffliegen. Was gibt es denn hier hinten noch eigentlich?